Da sind wir doch glatt einer großen Sache auf der Spur. Der Gouverneur hat tatsächlich ein riesiges Blastier gebaut, was das Wetter kontrollieren kann. Das haben allerdings jetzt nicht wir zerstört, sondern dieser Drachenritter, den Carol da schon einmal gesehen hat. Der ist jetzt hier aufgetaucht, ist durchs Fenster durchgeflogen mit seinem Drachen, hat alles kaputt gemacht und ist wieder abgehauen. Und Ritter ist da richtig sauer geworden, weil er das Blastier eben zerstört hat. Und der Gouverneur versucht jetzt mit seinem Schiff abzuhauen. Ja, wir müssen Ragu folgen, genau. Patty und der andere kleine Jungen sind jetzt schon zu seinen Eltern gelaufen, also die sind jetzt nicht mehr bei uns. Hier draußen, okay, das ist einfach nur der Ausgang. Was, rüfen? Oh, Giftrank, einfach so, war gar nicht zu sehen. Okay, na dann geht's jetzt runter zum Wasser. What the hell am I doing here? Here we go! Whoa! Hold it! Hold it! Hold it! I'm not ready! These are all Blastia cores! Why are there so many? And they're all just cores! I have no idea! We don't even have this many at the laboratory! Could this be connected to the core thief? Could be. But I thought the one behind everything was a huge guy with one eye. That doesn't fit Ragu at all. Then he might not be the only one pulling the strings. I wonder if the core from the lower quarter is here someplace. Sorry, none of these are big enough. I knew it! These guys are with the Blood Alliance. They're one of the five master guilds. Don't get in my way! Das wäre doch gar nicht nötig gewesen, diesen Begrüßungskomitee mit Bandidos. Aber wenn es sein muss. So, Bandido. Warum heißen die so? Oh, Blitzwelle hat Carol gerade eben gelernt. Richtig geil. Neue Arte sind immer gut. Das freu ich mich auch die ganze Zeit. Out of my way! Was that spineless worm Ragu running from a bunch of kids? One-eyed giant. So you're the one getting people to bring you all these cores? Maybe I am. You're quick. And you got guts, too. My arm's gonna feel that. How flattering. But it's pushy guys like you I have to watch out for. Upset's the harmony of the guild, see? Nothing personal. Barbos, what are you waiting for? Dispose of these brats. I did all the work you paid me for. Besides, the knights will be here soon. Rather not have those guys following me around. Next time we meet, you kids won't be getting off so easy. Wait! He's still inside! Damn! Zoggy, we'll leave the rest to you! Who is it? Who do I get to kill this time? You're the one from the castle! Looks like we're stuck with this guy. My blade, it aches to kill. I've got to kill something! Whoa! Go easy on me this time. Oh Gott, scheiße, ey Leute. Es ist der Typ schon wieder. Das ist Zoggy zum zweiten Mal. Aber ich glaube, den muss ich jetzt nochmals kennen. Der ist jetzt sicher stärker als wir beim ersten Mal. Also, gleich mal magisches Auge. Und er ist schwach gegen Wasser. Okay. Na, jetzt bin ich gespannt, ob ich den Platt kriege. Beim ersten Mal hat er mich ja ziemlich zur Sorge gemacht. Aber jetzt drehe ich den Spieß um. Hmph. You can kill me? Go ahead! Try it! Trust me. I will. We... We won't lose! Yes! Cry out! Writhe in pain! Die for me! What the hell are you trying to do? Please! We have to catch your goat! You can't hurt me! So we'll just keep pounding you until the end. Oh oh, jetzt hat er Überlimits, verdammt! Hey, da! Wenn der Gegner Überlimit macht! Hey, was? Loi! Wollte gerade sagen, wenn er Überlimit macht, ist er gefährlich, auf einmal tot. Wir haben es geschafft! Jetzt habe ich dem aber richtig schön in den Arsch getreten. So, Rangdetails. Boss besiegt. Zehner Treffer-Kombo. Resistenz auf den Platt angegriffen, das andere ist mal wurscht. Ja, Schaden, Litten, wie soll man das auch verhindern bei so einem Kampf? Hauptsache, wir haben gewonnen! So, Lähmungswehr. Und ein Level-Up-Fibro gibt es auch noch dazu. Hm, okay, sicher. Und für Rita gibt es auch ein Level-Up. Oh, ich fühle mich so power-up-up! Für Estelle ebenfalls. Und auch noch für Repeat. Lette, Fertigkeit, Beschleunigung, Titel hat er auch noch bekommen. Und zwar Ritterhund. Und zwar Ritterhund. Und zwar Ritterhund. Und zwar Ritterhund. Was? Es ist sinkend! Alle in die Wasser! Ist jemand da? Yuri! Estelis, nein! Aber, aber... Schau und schau! Everybody okay? Ich bin, aber Yuri! Yuri! Danke, Herr! Oh, man, so salty! I must have drank a bucketful! Who's that? Yoder! What? You know him? Look! A boat! We're saved! Hey! Over here! It looks like everyone made it through unharmed! Master Yoder! Wait! I'll pull you out! Sodia, give me a hand! I owe you my thanks! You saved my life! Hey! Who is this guy? Um... Well... I've made arrangements at the inn! We can discuss things further there! He'll come, won't you? Ein wenig erschrocken! Sind wir, glaube ich, alle! I thought you were done for when the ship sank with you still on it! Seriously? I was pretty worried there for a minute! I'm glad you made it! It sank faster than I thought it would! I was a little freaked out myself! You almost died and you were just a little freaked out? There is something wrong with you! Na, du hast mich gefunden! Du bist ziemlich gut! Zur Belohnung zeige ich dir, wie man kocht! Rezept gelernt! Brathähnchen mit Pommes! Boah, da hätte ich jetzt auch Bock drauf! Mmmmm, lecker! Ich gebe dir das hier zum Üben! So! Drei Sätze Zutaten für das Rezept erhalten! Äh, ich muss los! Wir sehen uns! Boah, ja! Zagi! Yuri, du kennst sicher viele strange Leute! Like that raven guy we met at Kapua Noor? Or that Zagi weirdo who attacked us? Weirdo is putting it mildly. What's his deal, anyway? That's what I'd like to know. It's nice to have fans, but this is ridiculous. It looked like he went down with the ship, though. Maybe that was the last of him. I don't know. Common sense just doesn't seem to apply to those kinds of people. Man, I really don't want to see him again. Well, even if we do, he'll be gunning for Yuri, not us. I've got nothing to do with this. We'll deal with that when the time comes. Äh, ich hab irgendwo das Gefühl, das wird den nicht zum letzten Mal gesehen, aber das ist ja meistens so, dass die irgendwie noch überleben, solche Typen. Ja, draußen auf See hörte ich einen furchtbaren Lärm. Ich sah eine Menge Rauch, ob ein Unfall passiert ist. Ja, hallo, da draußen liegt ein Schiff, äh, oder besser gesagt, ist abgesoffen. Das hast du nicht gemerkt? Ja, Ragu sperrte den Hafen von Capuanora. Jetzt können wir unseren Linienbetrieb nicht aufrechterhalten. Mit dem Sprachfälle soll es nochmal zum Arzt gehen, Kumpel. Kann ich hier irgendwie... Achso, schade. Ich dachte, ihr könnt hier an Bord von dem anderen schief, aber ist scheinbar nicht so wichtig. Wo ist denn jetzt hier überhaupt das Gasthaus? Ist das hier oben irgendwo? Äh, an der Seite des Eingangs steht Waisenhaus von Thor im Inneren. Spiele viele Kinder und haben Spaß. Boah, Waisenhaus. Heftig. Na, jetzt in meiner Zeit hatten die Semen noch etwas mehr Sprung, weißt du? Die jungen Leute von heute taugen uns wirklich zu gar nichts. Ja, das ist auch so ein Standardspruch von den alten Leuten, dass die Jungen so nichts taugen. So, verschlossen. Ich werde hier nirgendwo reingelassen, aber wenigstens ist das Wetter wieder schön. Dieser Hafen ist die Brücke, die unsere Gilde mit der Welt verbindet. Wir werden die sechs Kontinente bereisen und die ganze Welt beherrschen. Oh, gibt's gleich sechs Kontinente in dem Spiel? Das ist eh viel. Meine Freundin ist in eine Stadt namens Heliort gezogen. Das ist angeblich eine ganz neue Stadt, die das Reich gebaut hat. Heliort? Hm, noch nie davon gehört bisher. Willkommen, Willkommen. Was hättest du davon, mir ein paar deine Erinnerungen zu verkaufen? Eine Erinnerung? Fünf geilt. Wie, zu wenigstens? Was heißt denn, du hast jetzt schon wieder Erinnerungen verkaufen und was hast du? Eis? Herzlich Willkommen. Aufmerksam ist ein gesunder Fang hier. Danke für den Besuch. Ja, toll. Verkauft mir irgendwie gar nichts, obwohl ich hier so einen Stand hat. Prüfen. So, hausgemacht ist erst im Stil. Viele leckere Geschmacksrichtungen wie Thunfisch, Kraken und Tintenfisch. Probieren sie alle durch. Bäh, danke, nein. Ja, weit drüben im Westen dieses Gottenetz liegt die Höhle unserer Gilden. Sie nennen sie Darncrest. Du solltest mal vorbeischauen. Ja, definitiv. Irgendwann mal. So, aha. Hier ist das Inn und hier bist du wieder. Synthese des Tages. Ist, glaube ich, eh wieder dasselbe Schwachsinn. Halbgerammte Brille, Kindersammbrille. Dum, 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 dum. Naja, okay. Weißt du, was das für Pflanzen sind? Sie kommen alle aus den tollbickischen Tropen. Hier auf diesem Kontinent regnet es viel. Dort habe ich gemerkt, aber jetzt kann ich, glaube ich, keinen Regen mehr sehen. So, willkommen. Das erste Geschäft in Turim ist das hier. Gleich mal einkaufen. Oder, weiß ich nicht. Ich bin mir überhaupt irgendwas kaufen. Ein paar magische Augen können wir noch brauchen. So. Ich bin nicht, glaube ich, aber wir müssen zuerst dispensen, können wir uns reinigen. Also, das schlimmes. Du bist aber gut. So, wie ist es? Das, ist es Mosk geliyor. ach so was so dass das denn das ist das hier alles schon wieder schlagring jetzt ist die jure hier lieben waren das um die hand gewickelt wird schützt die hände und für großen schaden zu landesschritt kombo volt schwere treffer kombo volt stellen auf den anfang drei treffer kommen die pp wieder her wehrhand schwerer stupehandschuh bedeckt zwar nicht die finger schützt aber die hände fast das tyrannen kann spezial material mit hoher angriffskraft kräfte können gegen das boden zwingen hyper combo füllt mit 28 treffer kommen die überlimit anzeige zu level 1 auf das überlimit dauert nach halb so lang das ist aber auch nicht so gut ah neues zauberhof für reader vielleicht auch nicht schlecht komme ich mache mir hier mal schlagring oder doch lieber das sind verteidigungs privat bei rückschritt so ein bisschen magische beschwerden verfassungsarbeit ich mache mal die wehrhand und sturm bringer die erfahrung der lp und die guide kommen so großes buch der katzen andere kann irgendwie mit mal so riesentasche stachelhalsband flippe doch mal wieder was anderes gladiator so ausrüsten muss ja auch mal sein schöne musik übrigens diese spielt so passt schon vielen dank ich habe zu danken so was sind hier oben eigentlich was dreht sich denn da rum auf der anderen seite der scheibe ist ein schildgeschäft im erdgeschoss geöffnet sehen sie sich um ach so toll nur dass ich hier aufgehört dass ich das weiß dass das unten ist der markt der fortuna nutzt sich statt als ausgangsbasis die steuern sind nicht so hoch wie in capoano aber geschäftsaktivitäten sind großen einschränkungen unterworfen so ist mir jetzt aber nicht so aufgefallen ich wanderte durch den wald und plötzlich war ich von alten ruinen umgeben und dort trug es sich zu dass sich das wieder natürliche geholfen des schordhaften biests vernarmen alle die sind ja erstmal voll am saufen es gibt viele mit dem gleichen beruf auf der welt aber wir gehören nicht zu all derselben gilde was ich dabei sagen will ist dass ich mit dem blutpunig zu tun habe wird gut sein sind die lauter spinner ja auf dem kontinent tolbikia liegen kapuatorium und darngrest und darngrest ist sitz der union der vereinigung der gilden um zu wissen so soll man hier vielleicht mal eine runde pennen 300 geld übernachten klar so speichern auf jeden aber noch genug zeit hallo ist wissen hättet ihr lust auf ein kleines spielchen mit mir wenn ihr glaubt ihr hättet schon gewonnen weil ich eine frau bin dann habt ihr euch geschnitten ja und was ist es mit dem spiel beach dann eben nicht you yes have we met somewhere convenient time for amnesia i know somebody who can fix that for you amnesia i'm terribly sorry but this is the first time we've met are you crazy magistrate your crimes are undeniable these people have seen everything as i've just been explaining someone had assumed my identity and was trying to ruin my reputation it was most upsetting liar i saw those people you fed to the monsters with my own two eyes well sir flynn who are you to believe these young ruffians or me a member of the council flynn it's settled then i bid you all good day who does that guy think he is and who the hell is he settle down this is i Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin gut, wenn ich mit ihm gehe? Warum? Ich fühle mich so viel verändert hat, während meine Reise mit Yuri. Die Empire, die Welt. Ich habe auch verändert. Lady Estelize. Entschuldigung. Du da, junger Mann. Wer? Ich? Tell Yuri to take good care of this young lady. Okay. Is it really alright? I would rather do the job myself, but I'm afraid my current duties won't allow it. And as long as you're with him, I can be certain you'll be safe. You believe in him, don't you? I do. If you guys are finished, can we get going? We'll lose him if we don't hurry. I don't know how to get to me. I know better than anyone, that nothing's changed. I guess I should look for clues about the Blastiochor. The way he looks, Barbo should stick out like a sore thumb walking around in town. It would certainly help if anyone saw where he and his gang were headed. Come to think of it. I wonder what happened to Raven back in Rago's Palace. I guess he panicked and ran when the Dragonrider and the Knights showed up. Das kann ich mir irgendwie gut vorstellen, dass der... Moment mal. Da bist du ja. Der ist ja auch hier. Wie geil ist das denn? Was für ein Zufall. Hallöchen. Hey, it's him. Huh? Hey there. Long time no see. Isn't there something else you should be saying? Something else? Hmm. I can't think of anything. Well, they say the Deceived have better memories than the Deceivers, don't they? I'm just terribly misunderstood. Honest. You need to see a doctor for your tendency to unconsciously cause trouble to others. You might see if you can get that foul mouth of yours checked out, too. You gotta come back for everything, huh? If you don't stop putzing around, the Knights are gonna throw you back in jail. Ha! The Knights are a bit too busy to bother with me. I saw a rough-looking guild group moving to the northwest not too long ago. The Knights can't just turn a blind eye to them, can they? Rough-looking, you say? Was it the Blood Alliance? Beats me. By the way, what was your business back there? Nothing special. I was looking for an Apatheia. What is an Apatheia? Supposed to be like a really strong core. Heard that it was there, but I guess I had the wrong information. I see. An Apatheia. Oh, Yuri! Hey! Over here! Ugh! I'll get you, old man! Hmm. Maybe I'd best be off now. Yep, the Amazonist has emerged. Wait! Dammit! Now be too senseless! Why'd you let him get away? He said he's terribly misunderstood. What? What does that mean? Ugh! He got away! I'll catch that bugger one of these days. You should leave him be. Going up against that kind of guy is just a waste of energy. You alright? Just let me take a little break. Sure, you can have a little one. Then we've got to go. Go? Go where? We need to follow the Blood Alliance to get back the lower quarters blast you. Did you get a lead on where to go next? I heard that a shady group from a guild was headed to the northwest. It might be them. To the northwest of here? The only city I can think of in that direction would be one that was destroyed in an earthquake. What could they want to do in a place like that? Hmm, good question. And yet, you still want to go? I'm just saying we should go and check it out. So, mit allem wiederfeiern. Echt, was bringt das immer? Oh, du hennigert bin zerstört. Hey Carol, do you know anything else about that city you said was destroyed in an earthquake? Just rumors. Supposedly it was some guild's headquarters about ten years ago. Which guild was that? Sorry, I can't help you there. I've never heard of an earthquake that destroyed an entire city. Well, Ospio is across the ocean. Maybe the information just never made it that far? Hmm, I wonder. Ja, vielleicht hat das aber einen bestimmten Grund, dass das keiner wissen sollte. Okay, gut. Ich würde vorschlagen, wir machen heute wieder Schluss. Weil ich hier drin noch schön speichern kann. Und im nächsten Part, ja, werden wir dann höchstwahrscheinlich die Verfolgung aufnehmen. Also, da geht's ab nach Nordwesten. Schade, dass dieser Raven schon wieder abgehauen ist. Ich meine, wann tritt denn der endlich mal in unserer Gruppe bei? Das ist ja einer von denen, die noch fehlen. Aber ich weiß nicht, wann der bei uns endlich mal mitmacht. Wird scheinbar doch ein bisschen dauern. Schade, schade. Da kann man wohl nichts machen. Irgendwann wird er schon dabei sein. Also, bis zum nächsten Mal wieder bei... Tales of Asperia Definitive Edition. Bis dann! Tschüss! Tschüss! Tschüss!